Vorgestellt, Deathlife, Vorschau Nummer 2, nachdem wir der erste ja so ein bisschen schlecht gestartet sind, weil wir uns nicht so ganz da rausgefunden haben, aber ich dachte, wir machen es nochmal, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal noch angekündigt habe. Wir gehen auf Play, wir haben hier den ersten, den machen wir jetzt nicht, wir starten das Ganze nochmal, gucken zu, dass wir da nochmal loslegen, wir kennen uns ja jetzt hier auch schon ein bisschen aus, damit das dann vielleicht auch optimaler läuft, ne? Ja, Long Breast, ne, wir wollen keinem, wir wollen Männlein sein, wir wollen kurze Haare haben, wir wollen das Kellerkind sein bei der IT mit Blue Jeans, mit rotem T-Shirt und wir wollten ein Blondie sein und dann ist er das wieder, schwarze Schuhe, das passt, das können wir dann akzeptieren hier unten, rechte Mausbutton, Rotator Character, okay, rechter Mausbutton, oh, das geht aber ganz langsam geht das, sehr interessant und so können wir ihn auch von hinten sehen, obwohl auf dem Stuhl sehen wir auch von hinten, Scroll, Zoom, Kamera, okay, da kann man auch noch reinzoomen und rauszoomen, aber da geht jetzt nicht noch was mehr, ne? Dadurch, dass wir reinzoomen, ne? Nein, passiert nichts, dass da mehr wird. Left, Shift, Scroll, Smooth, Kamera, achso, okay, dann kann man das noch irgendwie so, alles klar, dann kann man, wenn man reingezoomt ist, kann man dann auch noch so, ne, hoch und runterzoomen, alles klar, gut, brauchen wir jetzt nicht, machen wir accept, so, hier sind wir dann bei Web Development gewesen und da Mobile Development, wir haben hier ganz andere Schritte, sehe ich gerade, wie sowas wie Testing und da haben wir, okay, weniger, sind das die ersten Schritte, die dann da so sind, Manual Testing und da haben wir Unlock by PIN, okay, Testing und Security, ja, das ist dann schon eine andere Nummer, wenn man das loslegt, hier, ne? Drei Punkte haben wir nur zu vergeben. Screen Press Force Handling, Simple Gesture, GPS und Simple Mobile UI, da würden wir schon mal überlegen, oder sollen wir das nochmal machen, weil wir da jetzt schon Erfahrung, Werte hatten, wir hauen da mal einen Punkt rein, Select, dann Simple Web Structure, wir hatten hier schon Relational Database, beziehungsweise Simple Website Script, machen wir, und hier haben wir das auch nochmal, und Manual Testing, das brauchen wir nämlich alle drei in dem Sinne, wenn. So, da haben wir die drei Punkte jetzt vergeben, wir haben keine mehr, wir haben ja unten Testing, sieben, wenn wir hier jetzt draufklicken, ne? Dann sieht man, was es im nächsten Schritt dafür mehr gibt. Wenn ich jetzt Testing mache, geht aber auch hier ein Prozent hoch und beim Design auch jeweils ein Prozent, wie man sieht. Wenn ich jetzt hier klicke, geht das hier auf 19 Prozent, da geht aber auch was hoch, ne? Oder? Ja, drei Prozent geht da hoch und da, okay, das hat Abhängigkeiten. Aber wir sind ja jetzt erstmal mit den drei Punkten unterwegs und legen weiter los. Wir müssen jetzt hier unseren Tutorial brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr, weil wir ja jetzt hier wissen, was wir tun sollen. Äh, sorry. Oder wir dachten, was wir hier tun müssen. Wir können, achso, wir müssen rechts draufklicken diesmal, ich dachte da. Wir, ne, wir machen noch gar mal gar nichts erst, sondern gehen erstmal auf Learn. Und da hauen wir gleich Videokurs mit 150 Dollar rein. Simple Website Structure wollen wir da lernen und legen mal los, dass wir das erstmal lernen. Denn das ist ja wohl erstmal der erste Schritt, den wir hier gehen müssen. Äh, startet der jetzt? Jetzt startet er. Ja. Wir müssen erstmal was können, damit wir was einsetzen können. Wir hatten ja viele Fehlschläge bei der ersten Vorschau und das wollen wir jetzt ändern. Da ist ein schickes Auto. Ja, die Küche, können wir da noch ein bisschen Tisch verkaufen oder sowas? Ne, können wir wohl nicht. Äh, was ist das? Website Structure Skill Level Up. Okay, wir sind sogar besser geworden. Das ist jetzt ein Level Up bedeutet, dass wir, ah, wir sind nur keinen Points gekriegt. Okay. Äh, ja, wir lernen erstmal was. Das ist, denke ich mal, schon mal ganz viel wert. Und das machen wir auch weiter, gerade bei den anderen Sachen auch, damit wir auf jeden Fall auch Aufträge positiv abschließen können, ne? So funktioniert das ja nicht, wie wir es bisher hatten. Ach, er hat schon mal die Pause rausgenommen, ne? Ne, reingenommen, die Pause. Ja, da müssen wir gucken, dass wir das immer hinkriegen. Wenn das hier gleich weg ist, dann können wir definitiv das nächste anstoßen. Und wir lernen dann auch nicht nur, auch, äh, Online-Kurs, Video-Kurs. Und da können wir, das hatten wir eben Website Structure, jetzt machen wir Website Skripte. Die wollen wir jetzt lernen. Die Zeit läuft zum Glück diesmal noch. Nochmal 150 Dollar rausgehauen. Irgendwann haben wir gleich auch Geburtstag. Bis dahin sollten wir ein bisschen was können. You paid your bills, 350. Website Skripte, skill level up. Okay, irgendwie haben wir wieder ein... 4,7 haben wir. Achso, unsere Eltern hatten uns irgendwie Geld gegeben, glaube ich. Oder wie war das, ne? Manage your clients and take a loan. Das sieht man hier. Money from Parents, 350. Beziehung, wir haben sie bezahlt. Und hier ist das, was wir da gehabt haben. Personal Account Loans. Achso, da können wir uns dann auch Geld leihen, was wir jetzt gerade nicht wollen. Wir lernen dann nochmal das Testing. Manual Testing, weil das ist auch wichtig, dass wir unsere Fehler da finden. So, das läuft. Oh, wir sind jetzt müde oder sowas gleich hier. Haben keine Lust mehr. Das müssen wir auch noch auf dem Schirm haben. Und hier war ja auch letztes Mal noch... Können wir hier noch schicken Tisch kaufen oder so. Darkwood High Shop. Darkwood High Shop. 2x2 Description. Living Room. Da steht jetzt nicht groß bei, wofür das gut ist, ne? Misty Shower. Red Plant. Okay. Ah, es geht hier unten ja auch noch weiter. Achso, rum geht's. Okay. Wie, der kann nicht auf Toilette gehen? Haben wir hier keine Toilette? Können wir dann hier auch die zweite Etage sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Geht das mit Build Up? Build Down? Ne. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie wir auf Toilette sowieso gehen können. Muss man das? Das ist die nächste Frage. Küche ist ja auf jeden Fall da, ne? Bathroom. Achso, okay. Dann kann man einzelne Sachen machen hier. Work. Kitchen. Living Room. Bathroom. Decoration. Alles. Ich weiß aber nicht, wie man eine Etage höher kommt. Schade, ne? Na ja, ist jetzt nicht schlimm. Look for Employees. Ja, es ist nur so weit, sind wir nach Create. Manage your company. Da sind wir leider auch noch nicht. Also 18 sind wir jetzt, ne? Oder wie war dat? Ne, sind wir auch noch nicht geworden. Warten wir auch noch drauf ab. Das müssen wir auch noch hinkriegen. You paid your bills. Haben wir von unseren Eltern wieder Geld gekriegt. So, dann ist jetzt noch zu überlegen, ob wir da nochmal ein Ding ins Reihen lernen, oder wir können ein Projekt ja auch starten hier dann, ne? Ein Lernprojekt können wir starten vielleicht. Vielleicht bringt uns das erstmal noch was. Schauen wir mal. Hier war ja das Tutorial, ne? Workstation Tracker Learning Build Mode. Steht da noch was mit Hoch und Runter. Und it's a variant safety of the mode of your employees. Place furniture just drag and drop and into the available space. Okay, aber es steht nicht, wie man da, ja, wie man da dran da kommt für, sag schon, äh, in die nächste Etage. So, letzten Sekunden laufen, dann haben wir alles einmal gelevelt. Und dann würde ich erst noch ein Projekt anfangen wollen. Keine Ahnung, ob das für uns gut oder schlecht ist, aber das machen wir dann noch. Und wir sind auf jeden Fall hier mies drauf, wie wir gerade sehen. Add Energy. Machen wir erstmal Add Energy. Oh, da müssen wir ganz viel Energy vielleicht adden, damit der... Warte mal, läuft das? Ja, es läuft. Skills sind hier, okay, sehen wir jetzt. 5, 8 und 7. So, da können wir ihn auch zwischenzeitlich noch ändern. Okay, wollen wir ja nicht. Send on vacation. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Geht das denn? Oh, Employees on vacation, da steht's ja auch, ne? Ja, man kommt nicht in die zweite Etage, oder? Sehe ich das falsch? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Kohle weg. Wir haben nur noch 4,5. Er ist im Urlaub und ist gleich wieder hoffentlich hier auch happy dann. Ah, jetzt wird er schon mal wieder gelb. Das heißt, jetzt geht's erstmal wieder, ne? So, hier ist ein schönes Zimmer, da gibt's auch Blumen und so und ich wüsste jetzt nicht, wie man hier hochkommt. Das wäre noch die Frage, ne? Vielleicht geht das aber auch gar nicht. Irgendwann muss man noch eine Company dann bilden oder sowas, ne? So, jetzt sind wir da durch. New Project. Learning wollen wir machen. Und wir wollen als erstes Programming Learning machen. Create Project. Learning. Learning Project number one. Create Project. Und wir setzen ihn da drauf und er lernt jetzt erstmal was. Aber das ist, was ist das? Bugs, die da reinkommen? Okay. Er macht jetzt erstmal selber Simple Website Scripts. You paid your bills. Okay. Also, er bringt sich erstmal das selber hier bei. Das ist ja schon mal gut, ne? Da gibt's kein Geld für, aber wir lernen, wie es geht vielleicht dadurch, ne? Okay, 35 haben wir, 5 haben wir, 5 haben wir, release. Learning Project done. Komm, machen wir nochmal ein Learning Project. Aber diesmal machen wir Design. und das ist Project 2 und das machen wir auch und da hauen wir ihn auch rein und dann läuft schon, ne? in der Hoffnung, dass es der richtige Weg ist, ne? Dass wir da das rauskriegen. Ich hab jetzt eben gar nicht aufgepasst bei dem ersten Projekt, ob die Bugs alle raus waren. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Kann man hier mal schneller machen? Kann man auch eins? Ne, kann man nicht. Was war das? Auch nochmal Geld gekriegt. Okay, das heißt, man muss hier so leider... Ah, da sieht man die Bugs. Ich hab vielleicht zu früh released, oder? Gut, dann haben wir das auch gelernt. So, jetzt New Project, Commercial, und jetzt gucken wir mal. Commercial haben wir hier, wir haben hier Available Components, das haben wir. Ne, das ist nicht das, was ich will. Ich will hier rüber. Ich möchte Only Unlocked, Paid Up, Type is... You can select more, search criteria is advanced. Okay, ich kann nicht mehr suchen. Ich möchte gerne Website... Achso, ich kann nur das machen und dann suchen. Na, dann machen wir das doch erstmal. Und die Suche soll hier von unserem Kameraden hier auch gemacht werden, der dann hier auch was findet. Zwei Sachen hat er gefunden. Jetzt hab ich natürlich hier... Jetzt zeig ich mir alles. Jetzt hab ich irgendwas falsch gemacht. Ah, da ist es. Commission from 2 Web Size Small Components 2 Type Web Development. Achso, da könnte ich noch draufklicken, dann brauche ich das und das. Also, beides ist da. Das gibt es 450 Dollar für. Wie viel Zeit haben wir? 1,20. Das andere ist 1,25. Da braucht man hier Testing 40 und 35 da. Testing haben wir jetzt nicht gemacht. Ich glaube, wir sollten dann bei dem ersten hier bleiben. Locked Components. Okay, ich glaube, wir machen das jetzt mal schnell. Dann ist das raus. Und... Create Project. So, das ist das, glaube ich. Oh na, ne. Manual Testing ist das in der Website Script. Ist das richtig? Create Project. Und dann machen wir das hier mit. Ich hoffe, das funktioniert so richtig, was ich jetzt hier vorhabe. Die Bugs. You paid your bills. Achso, wir sind 18 geworden. Okay, danke. Alles ist gut. Jetzt sind wir wohl irgendwie auf uns selbst angestellt. Achso, dann kann ich das... Ne, dann lassen wir es erst da machen. Level 2 klickierte Spellpoints. Okay, das heißt, wir machen das mal. Da haben wir einen Punkt bekommen. Und ich mache das dann mal hier. Select. Oder kann man da noch einen zweiten Punkt reinsetzen? Ich glaube nicht. Ach, doch. Upgrade. Upgrade. Ah, das haben wir letztes Mal gerade gesehen. Dann würde ich sagen, machen wir das. Hier schieben wir mal to upgrade Simple Website Scripts. Ja, das wollte ich wohl. Dann bedeutet das, da haben wir Level 2. Das ist doch richtig cool dann. Dann sind wir da auch besser. Gut, dann kommen wir da auch weiter voran, ne. Und jetzt ist bestimmt die Pause drin, ne. Ja. Die Zeitrand wie bekloppt runter. Wir werden das nicht schaffen, weil das zu lang ist dafür. Dafür sind wir immer noch zu schlecht dann. Okay, dann wissen wir das auch. Und jetzt machen wir erst das. Testing ist jetzt erstmal überflüssig. Erstmal die ganze Zeit nutzen, um das Projekt selber voranzutreiben. Hier haben wir ja zum Glück schon 10 Punkte, äh, 2 Level. Dadurch geht es wahrscheinlich schneller, oder? Na, das schaffen wir aber trotzdem, glaube ich, nicht, ne. Deadline ist gefährlich, na. Und dann hauen wir es raus, wenn der auf 0 kommt, oder? Anders ging es jetzt nicht. Wir mussten das releasen. Ah, wir haben das Geld aber gekriegt. Wir haben aber schlechte Arbeit abgeliefert. Die Kohle ist gekommen, aber leider ist es hier mit dem Dingens nicht fertig geworden. Deswegen meckern die wahrscheinlich, ne. Äh, commission from two web completed size, small components, zwei type web development. Hello, you. Wir haben noch 14 Bugs da drin halt gelassen. Ah, wir haben Glück gehabt, haben keine Strafe gekriegt. So, das bedeutet, jetzt müssen wir mal gucken. Also, er macht jetzt gerade nichts und dann wird er auch wieder frisch, wie wir sehen. Und das ist also auch gut. Und ich glaube, wir sollten noch mal einen Videokurs machen über Design. Vielleicht hilft uns das dann auch weiter, besser zu werden. Website Structure Skill Level Up. Aber Skill Points gibt es nicht. Da sind wir schon ziemlich gut. Ja, okay. Ja, müssen wir gucken, dass das weiterläuft hier. Ah, das mit dem Stoppen immer, das ist jetzt nicht so der Bringer, oder? So, wir müssen gleich gucken, dass wir hier das abbrechen. Weil er gleich schon wieder mies drauf sein wird. Jetzt kriegt er gleich auch noch das andere dazu, ne. Kann man das abbrechen? Ne, ich glaube, wir können es nicht abbringen. Aber er ist noch nicht ganz so unzufrieden, glaube ich. Die 17 Sekunden kriegen wir noch hin. Da müssen wir ein bisschen warten, bis er wieder grünen Balken kriegt. Er ist jetzt gerade noch so zufrieden, glaube ich. Läuft noch, ne? Ja, läuft noch. Es läuft ein bisschen runder jetzt, weil wir schon ein bisschen Erfahrungswerte ja gesammelt haben aus der ersten Folge. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Na, hier ist ja Learning, Simple Website Structures. Er wird jetzt nicht ganz sauer dadurch. Aber er steht jetzt schon overworked. Also wir müssen gleich eine Pause definitiv einziehen lassen, damit er besser wird. Jetzt ist er auch schon mies drauf hier. Sum of Arrival Commissions, ja. Wir machen hier weiter. Zeit läuft. Aber hier läuft gerade nichts, weil er da keinen Bock mehr zu hat. Oder wie ist das das? Die Zeit läuft doch noch runter. Gut, dann warten wir jetzt erst ein bisschen ab, bis er sich regeneriert hat. Man kann ja auch hier unten noch ein bisschen Kohle dazu kaufen. Äh, ein bisschen Energie dazu kaufen. Oder wie war das, ne? Äh, vielleicht machen sollen. So, jetzt müssen wir gucken, ob jetzt hier der Balken grün wird. Oder wir schicken gleich in Urlaub. Aber wir machen mal hier gerade ein. Ne, das hat jetzt nichts gebracht. Da sehen wir jetzt hier. Ja, zack. Das heißt Employee and Send on Vacations. Dann soll er Urlaub machen, damit das wieder besser wird. Und hat ja anders keinen Sinn. Wir haben 6.000 Dollar hier. Das geht einigermaßen. Weil wir 18 geworden sind, ist das, glaube ich, hochgegangen, ne? So, jetzt mal gucken hier. Search for Commission haben wir da gemacht. Ach so. Arrival Components. Ne, ich glaube, dass, äh... dass wir erstmal hier erstmal eben wieder besser werden. Ich glaube, das war knallerrot und wird jetzt auch weniger rot, ne? Room Appearance ist 18, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier in diesem Raum einfach eine Toilette stellen sollten. Er ist jetzt auf jeden Fall wieder fitter geworden. Das Manko ist weg. Und... You paid your bills. Okay, das Geld wird wieder weniger. Unlock. Ich weiß jetzt nicht, ob er... Ja, das ist alles nicht hier auswählbar. Das heißt, wir müssen da suchen, ne? Und dann schicken wir ihn zum Suchen. Er hat zwei Aufgaben gefunden. White Play war ja schon... 40... mit einem. Hier unten sind es 120. Das ist also die doppelte Zeit, aber das sind auch zwei Sachen, die wir da erforschen müssen. Na, ich glaube, wir sollten jetzt den hier mal nicht nehmen, sondern den... den einfachen Ben nehmen und gucken, dass wir den vielleicht fertig kriegen. Aber es ist zeitlich ja egal, glaube, ne? Create Project müssen wir machen. Das ist leider ein bisschen doof. Was brauchen wir mal? Webscript. Ne, das war schon richtig. Webscript und Create Project und ihn da schnell rein. In der Hoffnung, dass er das dann fertig kriegt. Drei Bucks, vier Bucks. Er ist auf jeden Fall frisch. Deadline wächst runter, aber es sieht diesmal besser aus, weil wir ja auch schon gute Punkte hier haben, ne? Er hat allerdings sehr viele Fehler gerade reingemacht, die wir jetzt ausmerzen müssen. Aber wir kommen gut zurande. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir können das Ding releasen und haben keinen Manko. Wir haben jetzt hier tatsächlich was Positives rausgezogen mal. Hier sind 250 Dollar reingekommen. Wir haben Popularität mit 80 gewonnen. und was ist denn das jetzt hier? Weiß nicht. Das sind dann Skill Points oder was, ne? Genau. Gut, das haben wir gut geschafft. Jetzt ist die Frage, das andere ist ja doppelt so schnell. Commissions, Projects. Haben wir, ne, den haben wir ja gerade abgeschlossen. Project 4 war das. Das war unser 18. Geburtstag. Komm, den können wir mal wegkicken. Das war jetzt gerade das abgeschlossene, oder? Da haben wir das für gekriegt. Genau, das kicken wir auch raus. Und das hier war das letzte. Kicken wir auch raus, weil wir das nicht geschafft haben. So, Commissions haben wir jetzt hier. Search 1 gehabt. Accepted. Achso, Commissions von Barbegazzi. Das heißt, das ist jetzt noch aktiv. Das können wir also machen. Wir haben das ja schon gesucht. Es ist die Frage, ob wir das schaffen, ne? Wir sind hier beim Simple Rep Scripting sind wir ja ziemlich schnell. Es ist nur die Frage, ob wir das Simple Website Structure schaffen, weil da sind wir nicht schnell. Wann geht das zu Ende, ist die Frage. Geld gibt es da 640, 100, 1, 20. Steht jetzt auch nicht, wann das expiert, oder? Tja, wir haben natürlich was gelernt, aber nein, wir machen das gerade nicht. Einfach aus dem Grunde, weil er erstmal hier einen grünen Balken wieder Plus kriegen muss. Ah, wir haben aber auch Commission Fulfilled Normal. Weißt du was? Wir machen erstmal Learning und einen Videokurs und wir hauen jetzt nochmal die Struktur der Dingens hinzu. Können mal gerade reingucken, ob wir hier was... Nein, wir können noch nichts leveln. Okay. Die Punkte verteilen sich... Also hier sind wir schon gut mit Punkten da unterwegs, aber hier ist es leider noch nicht so viel. Okay, dann müssen wir abwarten. 5655. Wir sind auf jeden Fall über unsere 5000 noch. Aber wir müssen halt schauen. Ah, er ist wieder hier in der Pause gelaufen. Das ist schade. Aber wir können auch mal gerade hier den Balken schneller laufen lassen. So. 4. Ja, er ist jetzt nicht mehr grün, er ist jetzt gelb, aber es ist nicht schlimm, weil wir jetzt sofort das Lernen hinter uns haben. Jetzt geht der Balken auch wieder hoch. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Boni, die wir hatten, verloren. Es ist nur noch der Raum da, der gut ist, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier können wir Geld leihen, wollen wir nicht. Und hier sind wir... Ja, das geht alles. Soweit erstmal gut, ne? Company geht nicht, weil wir brauchen noch die 10.000 Dollar. Da müssen wir dran arbeiten. Und dann können wir eine Company bilden. Aber ob das so gut ist, weiß ich nicht. Wir müssten dann schon ein bisschen mehr Geld haben, denke ich. Game has been saved. Okay. For Employees. Ne, wollen wir nicht, weil wir brauchen da wahrscheinlich dann mehr Räume für. So, wir sind ja 18, sind am Limit gerade, suchen jetzt gerade mal was. Findet er ja schnell, ne? Jetzt haben wir hier zwei Teile. 1,25 und die ist 1,30. Meinet-Testing haben wir keine Erfahrung drin, ne? Würde ich jetzt sagen, ist nicht so das Ding. Aber hier ist es Simple Website und dann mal Räume-Testing. Das ist wirklich definitiv nicht das, was wir tun sollten, weil da haben wir keine Erfahrung dran. Können wir auch mal einen Videokurs machen und dann machen wir hier. Das müssen wir noch lernen. Das haben wir die ganze Zeit nicht favorisiert. So, da geht der Balken auch. Gut, machen wir so. Haben wir gelernt. Grün wieder werden. Geht das denn hier rein, ist die Frage. Ah ja, doch, das bringt viel. Aber ich denke, wir sollten dieses Learning hier nochmal für unser Manual Testing machen. Das war ein Level abkriegen, aber erst gerade ein Punkt. Aber das kann er hier nicht. Oder kann ich das mit Rechtsklick? Ne, kann ich nicht mit Rechtsklick. Gut. Wir sind aber ziemlich voll. Jetzt hier machen wir nochmal ein Learning, einen Videokurs und da dieses Testing mit 40 Punkten relativ hoch war. Ja, komm, machen wir jetzt hier schneller. Fertig. So, und jetzt erholen wir uns und wenn wir erholt sind, dann suchen wir nochmal einen Jobs und dann gibt es bestimmt nichts mit Testing und 40, denke ich mal. Aber wir sind jetzt hier auch nicht so... Ach doch, wir haben Level Up gehabt. Da, Level 2. Okay, da ist auch Level 2 und da ist Level... Wir haben überall Level 2, okay. Ich dachte, das wäre erst Level 1 hier, aber es ist auch schon Level 2. Und hier sind wir knapp bei Level 2, okay. Ja. Wir können ja schon mal ein Contract Search machen, oder... Ne, warte mal. Wir können ja erstmal nochmal... Ne, da war das nicht. Wo ist denn hier die Übersicht für unseren Zeug? Ne, da ist nix. Kann ich das irgendwo sehen? Hier, Listen Alone, ne. Das ist ja die Suche, die wir hatten. Ah, hier ist es. Das ist der, der etwas länger lauft, Testing und das. Ich glaube, das akzeptieren wir jetzt mal. Dann Create Project müssen wir da raus machen. Scripts und Testing und Create Project und setzen da erstmal an. Die Zeit läuft nicht. Jetzt läuft die Zeit. Jetzt kriegen wir das voll und machen das Testing, was auch sehr schnell geht. Da gibt es auch keine Bugs beim Manual Testing oder wen. Ja, ne, jetzt hauen wir sie gerade rein, ne. Aber wir lösen sie gleich schon wieder auf. Das zweite noch machen. Sieht eigentlich relativ gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Manual Testing können wir relativ gut wollen. Okay, ich glaube, das müssten wir auch zum Ende bringen und keine Bugs abliefern dann. Das macht ja einen guten Eindruck gerade hier für uns. 52 Sekunden. Wir haben relativ viel Zeit über. Dann kommen wir gut mit klar. So, jetzt noch die Bugs raushauen und dann sind wir schon gut, ne. Und dann haben wir viel Zeit über, wie wir gerade sehen. Okay, man muss natürlich die Bugs auch finden, ne. Wenn da noch drei drin sind, dann wird es schwierig. Aber jetzt nur noch einer. Komm, den haben wir auch noch raus. Und jetzt können wir es releasen. Gut, wir haben 480 gekriegt. Dann haben wir hier 80 und 250. Das bedeutet, das Ding ist durch. Haben wir geschafft. Was haben wir jetzt noch für einen Search? Den da unten haben wir schon akzeptiert. Hier haben wir 35 da und 40 da. Ich wage es jetzt mal, dieses Projekt auch anzunehmen. Wir brauchen hier Website Structure und Manual Testing. Create Project und lass ihn da rein. Wir haben natürlich jetzt hier geschlafen. Wir haben jetzt leider keine Energie, ne. Das war jetzt nicht so gut. Energie auftanken. Zweimal Energie auftanken kostet uns zwar jetzt 50er, aber weil wir geschlafen haben bei dem ganzen Ding, ist das jetzt besser, dass es so läuft. Ich hoffe, wir kommen hier auch gut voran. Ah, wir haben Skillpoint gekriegt. Das ist sehr gut. Aber wir haben definitiv hier noch genug Zeit, denke ich, das durchzuziehen. Ja, den Skillpoint könnte man ja vergeben, aber ich weiß nicht, ob das so praktisch... Ja, das geht halt, ne. Würde ich jetzt hier reinhauen wollen. Einfach erstmal upgraden. Accepted. Und dann sehen wir vielleicht, dass es hier noch mehr durchfliegt, oder was? Nicht wirklich, ne. Ja, aber da ist er gleich fertig. 33, 34, 35. Jetzt noch die Bugs da raus. 16 Stück an der Zahl. Okay. 17, 15. Ah, wenn man nach dem Testing war, auch noch dann. So, jetzt die Bugs noch raus. Dann sind wir easy going. 11. Wenn die Zeit rennt, zu viele Bugs sind das noch. Komm, machen wir die Bugs da raus. 10. 9. 8. 7. 5. Komm, die Bugs müssen da raus. Einer noch. Releasen mal mit einem Bug. Ja, leider ist der wohl aufgefallene eine Bug. Und wir mussten 410 Strafe bezahlen. Ja, schade. Wir waren knapp dran, ne? Knapp. Gut, dann ist das so. Die haben wir beide erledigt. Der ist expired und erledigt. Und hier haben wir expired und erledigt. So, wie ist er mit seinem Stress? Okay, der muss erst abbauen. Dann haben wir hier wieder überarbeitet wahrscheinlich drin, ne? Total überarbeitet. Send on vacation. Aber wir sind auf jeden Fall, letztes Mal hatten wir ja schon irgendwie Kredite von 2500, weiß nicht, von den Eltern gekriegt oder was. Das haben wir ja schon mal nicht, ne? Da sind wir ja schon mal gut unterwegs. Jetzt müssen wir nur mal ein paar Projekte suchen, die uns besser gesonnen sind. Und wir können ja auch mehr Projekte vielleicht suchen, ne? Wir können das auch mal anders machen. Wir suchen nicht auf dem Markt, sondern wir können das ja auch umgekehrt machen. Oder wie war das? Da konnte man ja auch ein Projekt erstellen, ein kommerzielles Projekt erstellen, ohne dass es das auf dem Markt gibt. Oder habe ich das in New Project, Commercial und dann können wir hier Website Structure sagen und Manual sagen. Das wird nicht gefordert, aber, ne, Create Project geht dann gar nicht. Ich dachte, man könnte selber ein Projekt machen und dann wird das angeboten. Okay, dann ist das nicht so. Ja, dann bedeutet das, wir müssen hier was suchen, ne? Only Unlocked. Da müssen wir updaten. Ja, nützt nix, das können wir jetzt gerade nicht ändern. Das war ja gefunden, obwohl das hätten wir noch hochschrauben können vielleicht. Ja, 45 sollten wir schaffen. Accept. Create Project. Structure. Create Project. Projekt daran ersetzen. Und Geld verdienen. Das sieht gut aus. PayPal. Okay. Und Bugs sind dann raus, ne? Können wir es raushauen. Haben wir Geld verdient, haben wir Punkte gemacht. Alles ist gut. Dann holen wir den raus, gucken hier in das zweite Projekt noch rein, was wir hier noch haben. Das ist 35.1. Akzeptieren wir dann auch. Die Zeit ist 45. Sollten wir also auch schaffen. Create Project. Was war das hier mit Structure wollen die auch haben. Create Project und ranne setzen. Das kriegen wir ja richtig zügig jetzt voran. Ja, und das Geld, das kommt da ja auch noch dazu, ne? Das Spiel ist gesaved. Achso, wir hätten hier wieder auf unseren grünen Balken mehr achten müssen, ne? Das machen wir ja immer nicht. Das kann auch zum Verhängnis werden, ne? Testing ist durch. Jetzt noch die Bugs wegschmeißen. Und releasen. Alles ist gut. Gut, das heißt, wieder Geld bekommen. 40, 80. Ja. Achso, ne, das wollte ich löschen. Und das können wir auch löschen, weil beide erledigt sind. Das heißt, wir müssen erstmal hier ein bisschen grün werden. Und die Contracts suchen können wir, glaube ich, schon starten, oder? Nein, da können wir das bestimmt doch hier auch optimieren, oder? Achso, da kann man das nur so machen. Und hier können wir einsuchen, zwei so. Ah, das ist leider nicht möglich, weil wir erst unseren... Wenn wir hier anklicken, dann kommt diese Geschichte mit... Können wir da auch 300 machen? Ne, 240 nur. Aber hat er gemacht, ne? Ach, hier können wir auch länger suchen. Ne, länger suchen will ich nicht, aber Kosten hier können wir mal erhöhen, ne? Ach, Serge, das kostet uns auch schon mehr Geld. Oh Mann, ey. Dann lass uns mal bei 160. Okay. Suchkosten sind das. Meine Güte. Ja, dann kommen wir da auch nicht weiter. Dann müssen wir das mal hier checken. Okay. Ja, 610. Simple Website Script und Simple Website Structure. 1,25. Das zweite ist... Ein einfaches Ding. Ich glaube, das akzeptieren wir erstmal, weil ich gerade nicht unbedingt weiß, wie viel grünen Balken wir haben. Den habe ich jetzt aber gesehen. Script, Start Project, haue ihn rein und das schafft er auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Da müssen wir erst wieder eine grüne Pause machen, ne? Bisschen abwarten. Das erste haben wir schon, das zweite. Ja, umso weniger grün wir haben, so mehr Bugs baut er da wahrscheinlich rein, ne? Bisschen Energie zuführen. Ja, er macht jetzt die Bugs raus. Der letzte Bug noch, bitte. Ja, komm, los. Und released. Wir haben alles geschafft, zum Glück. Das gab hier einen großen Schwung an Herzchen, an Kundenzufriedenheit. Ja, wenn wir uns jetzt überlegen, 160 hat uns das gekostet, zu suchen. Wir haben für einmal zwei gekriegt. Und der zweite ist jetzt dieser hier. Ne, den hatten wir ja gerade schon, das war falsch. Der ist der zweite. Ja, der ist 610, aber wir müssen erst warten, bis unser Charakter hier den grünen Balken geschafft hat, ne? Weil sonst sind wir nicht fit. Und wenn wir nicht fit sind, dann hat das keinen Sinn. Also auch schon, die Dinger zu nehmen. So, akzepten wir jetzt. Ja. Okay, create a project. Skripte und Structure. Und machen und loslegen. Er hat einen grünen Balken. 610 gibt es dafür. Das ist schon mal gut. Bugs wieder ohne Ende da drin. Das war jetzt. Website Script Skill Level Up. Okay. Bugs sind raus. Jetzt ist das zweite. Simple Website Structure. Da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen schlechter drin hier, oder? Täuscht das nur. Vielleicht täuscht das auch nur. Noch sieht's gut aus. Testphase läuft. Die Bugs gehen dabei zum Glück auch schon raus. Aber wir haben genug Zeit, glaube ich, um die Bugs loszuwerden. Release. Wir haben unser Geld gekriegt. Wir haben alles gekriegt. Das war gut. Und die beiden sind durch. Das heißt, das kann weg. Das heißt, wir sind da erstmal raus. Der muss jetzt erstmal hier gelevelt werden. Wir können da upgraden. Oder da upgraden, ne? Also ich bin erstmal dafür, dass wir das hier so auf 5 bringen, beide. Und diesen vielleicht auch auf 5. Den haben wir erst auf 2. Also hier dauert es immer, meine ich, am längsten, dass wir... Also hier sind wir richtig gut, glaube ich, drinnen. Lass uns den mal upleveln, oder? Upgraden. Und akzeptieren. Jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken. Lass wir unseren grünen Balken wieder reinholen. Okay. Jetzt starten wir da. Zwei Sachen wieder reinholen. So, gucken wir uns an. Das ist nur eins. Das heißt, das ist auch nur eins. Beides das gleiche in dem Sinne. Akzeptieren wir. Projekt rausmachen. Great. Hier noch einsetzen. Das sollte zügig gehen. Machen wir 60 plus, weil wir das andere schon gesucht haben, ne? Das Suchen schon 160 kostet da. Mit dem Ding dann. Jetzt sind noch die Bugs raus. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wenn ich hier auf dem Balken bin, kommt der Release-Button passend dahin. Alles klar. Gut, dann haben wir den, jetzt ist, äh, ich glaube, wir machen jetzt gerade eine Unterbrechung, dass der Balken wieder ein bisschen mehr wird. Auf jeden Fall brauchen wir die Hälfte davon, würde ich sagen. Vielleicht besser sogar noch ein bisschen mehr. Aber wir haben da natürlich dann auch den Bonus gerade gehabt, ne? Warte mal, das haben wir ja erledigt, kann also weg. Dann müssen wir das noch haben. Da können wir den zweiten noch auswählen. Den wir jetzt auch noch akzeptieren. Create Project, äh, Structure, erledigen, reinsetzen. Und dann sind das denn eben, das haben wir 60 plus gemacht. Okay, dann sind das 480 plus, die wir jetzt machen. Aber die Projekte sind jetzt nicht so prickelnd, ne? Und wir sehen gerade, wie viele Bugs wir da reinprogrammieren. Ist nicht so der Hit. Okay, der Grundstock ist fertig. Aber wir haben noch Zeit, die Bugs auch noch rauszuholen und sind jetzt tatsächlich sogar durch. Wieso addet er da gerade was zu unserem Personal Account? Das weiß ich jetzt nicht. Achso, das war hiervon schon. Alles klar, das heißt, das haben wir geschafft. Ja. Die beiden sind durch, können also weg. Äh. Ja, er muss erst mal wieder Energie sammeln, denke ich. Gucken wir gerade hier rein. Also das ist jetzt hier in dem Monat gelaufen, oder was? 220, also das... Warte mal, wenn wir 350 haben, ne? Dann bedeutet das hier bleiben noch 190 von über. 160 fürs Suchen. Das heißt, wir haben ja gerade 30 Dollar da gemacht, den Monat. Das ist ja nicht so dolle, ne? Und ja, ich möchte jetzt hier nicht das Taken, da habe ich jetzt nicht so den Bedarf, in Schulden zu gehen. So, und wenn wir sowas machen, ist natürlich auch doof, weil wir dann definitiv ja hier... Okay. Da sind wir Level 3. Hier sind wir schon Level 4. Ist das denn richtig so? Dass wir hier, haben wir denn hier tatsächlich schon Level Up gehabt? Na ja, okay. Gehen wir auf die Suche, ne? Anders bleibt es ja nicht aus hier. Kann man das auch hier minimieren mit so 100 oder so? Mit 1000 natürlich nicht, ne? Start Searching. Findet er auch 2? Dafür braucht er dann länger, oder wie ist das? Achso, wir sind wieder mal in einer Pause. Bitte einmal aus der Pause raus. So, jetzt. Da findet er auch für 100 was. Dann sind die vielleicht nicht so lukrativ, kann das sein, aber... Den finde ich jetzt nicht schlecht, ne? Ja, nehmen wir erst mal. Was braucht man? Scriptor. Create Project und Rainer. Grüne Wolken haben wir auch. Sollte fluppen, oder? Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Also wichtig ist das schon, ne? Und das Geld ist schon wieder unter 2000 gegangen, ne? Und Bugs sind raus. Wir holen die Kohle rein. So, die zweite Aufgabe ist dann diese. Structure. Accept. Simple Website Structure. Ja, zack. Akzeptieren. Fallaufmachung. Cross. Wo es geht's. 200 Dollar. Ich glaube, wir müssen mehr Projekte in einem Monat schaffen, sozusagen. Und dass wir das mit dem Geld schaffen, weil 350... Ist schon eine Nummer, ne? So, die Bugs noch raus, dann haben wir das auch geschafft. Release, ne? So, das sind dann 200 Dollar, die wir da hatten. 2140. Wir sind im Februar. Die sind beide durch. Können also weg. Wir müssen erstmal wieder Energie tanken. Hier ist irgendwie auch noch so ein grauer Balken, ne? Der ja auch noch runter geht. So, wenn der halb ist, dann mache ich erstmal hier die Suche auf. Kann ich denn hier auch mit 50 suchen? Wo macht er jetzt? Ja. Er sucht doch, ne, oder? Die Zeit läuft, aber er sucht nicht wirklich, oder? Ach, weil ich nicht ausgewählt habe, ich hält. Also, er sucht auch für 50 Dollar was. Dann würde ich da gleich mal 0 eingeben. Ob das überhaupt was macht, ist die nächste Frage, ne? Ich glaube, einen können wir definitiv annehmen. Create Project. So viel Grün haben wir, naja, haben wir sogar mehr Grün, weil wir ja eben auch dann da abgewartet haben. Also, gar nicht mal so schlimm gewesen. Also, das hat er ja schon raus, ne? Wir haben wieder unsere Builds gezahlt und deswegen haben wir schon wieder unter 2000. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Bugs noch rauskriegen. Und dann releasen wir. Jetzt sind wir aber wieder über 2000. Zweite Aufgabe. Das ist Manual Testing. Akzeptieren wir. Create my Project. Manual Testing, Create Project. Reinsetzen. Und ich glaube, das kriegen wir auch noch hin, oder? Da war er, glaube ich, auch ziemlich schnell bei, ne? Das sind dankbare Punkte hier wahrscheinlich. Keine Bugs groß, ne? Weil, wenn du es Handbuchtest ist, dann ist doch alles gut, oder? So, das hat gut Geld gegeben, dann, ne? 2300 sind wir mit 60 drüber. So. Da gibt es jetzt nicht so viele Dinge ins Führ, wahrscheinlich. Das ist auch beides durch. Haben wir also auch geschafft. Das heißt, diesen Monat sieht es ganz rosig aus. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir weiter vorgehen. Ich denke mal, er muss erstmal Energie haben. Das heißt, da können wir erstmal nichts machen, nur laufen lassen. Ah, ich glaube, einmal noch. So. Jetzt Payter und Sobelz hatten wir. So, gut. Das heißt, wir suchen jetzt wieder einen Längens hier. Kann man das auch mit 0 suchen? Gucken wir mal. Zeit läuft. Der findet das auch mit 0. Also, ich muss nichts für die Suche ausgeben. Die nächste Frage ist, ob wir überhaupt was ausgegeben haben. Ich glaube, einer geht auf jeden Fall. Structure, Create, Project. Wir setzen ihn rein. Es ist sogar sehr gut soweit. Bugs bauen wir gerade ein. Damit sind wir durch. Testing läuft. Bugs nur noch raus. Und releasen. Das ist sehr gut. Wir sind wieder in das Plus gewandert. So, hier haben wir zwei Sachen, manual testing. Aber das gefällt mir beides. Eigentlich können wir gut. Das macht mal Structures und manual testing. Create Projects und los geht die Reise. Ja, wir haben wieder mal nicht aufgepasst, dass wir Energy brauchen. Kommen wir jetzt hier nochmal Energy dabei. Manual testing machen noch. Das geht ja schneller vonstatten, wie wir schon wissen. Ich glaube, wir müssen hier noch einmal Appetit holen, sozusagen. Damit das fertig wird. Und Release. Wir sind gerade mal wieder über die 2000 gekommen. Aber wir haben im Mai auch schon drin. Ja, das ist durch. Das ist durch. Ja, ich denke mal, wir machen hier erst einen Cut. Wir sind schon 19. Level 4. Haben wir Punkte zu vergeben? Ich glaube nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Wie sehen wir denn hier so aus? Da haben wir bald einen Aufstieg. Hier, das tut sich ein bisschen schwer jetzt, das Programming. Da müssen wir dann als nächstes vielleicht hier einen Einzelnen da reinhauen. Und dann müssen wir vielleicht auch jetzt den nächsten Punkt, der kommt, machen wir doch nicht hier rein. Level 4. Level 3. Level 2. Dann machen wir einen mehr hier bei Programming oder so. Weil ich glaube, es ist dann, gibt es auch Sachen, die mehr Geld bringen. Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist nicht so einfach damit getan. Gut, dann sage ich, ich mache mal hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch keine Aue habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Schreibt rein, was ihr von dem Spiel haltet. Finde ich richtig cool, das Spiel. Also wird bestimmt noch interessanter, wenn man dann sein eigenes Office da aufbaut. Und ja, wir werden mal sehen, ob wir das in der nächsten Folge dann auch machen, in der nächsten Vorschau. Aber ob ich das jetzt sofort in der nächsten Woche mache, muss ich mal gucken und überlegen. Vielleicht kommt auch ein anderes Projekt noch einmal dazwischen geschoben. Mal gucken, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir werden sehen. Ich sage mal, teilt das Video noch ab an den Kanälen und dann sehen wir uns bei der nächsten Vorschau. Alles klar, bis dann. Ciao.